Hallo und herzlich willkommen. Heute noch eine Idee für den Kindergeburtstag, meine Muffinäffchen. Und hier sind die Zutaten für den Teig für 12 Äffchen. 175 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 50 Gramm weiche Butter, 250 Gramm Fruchtfleisch von der Banane, das sind etwa zwei Stück, zwei gestrichene Teelöffel Backpulver, ein gehäufter Teelöffel Kakao, eine Prise Salz und ein Ei. Zuerst die Muffinform vorbereiten, das heißt fetten und mehlen. Ich verwende wieder das Backdrennmittel. Alle zwölf Förmchen auspinseln. Als nächstes die Bananen schälen, die Schale abziehen und in grobe Stücke schneiden. Mit einer Gabel zerdrücken. Wenn sie fein zermatscht sind, dann kurz zur Seite stellen. Den Zucker, Salz und die Butter in eine Rührschüssel geben. Und mit dem Schneebesen mit dem Handrührgerät schaumig aufschlagen für etwa eineinhalb Minuten. Als nächstes das Ei und die Banane dazugeben und gut einrühren. Zum Schluss das Mehl, Backpulver und den Kakao darüber geben. Und alles zum glatten Teig verrühren. Das dauert etwa eine halbe Minute. Den Teig gebe ich jetzt in einen Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle. Man kann sich aber auch mit einem Gefrierbeutel behelfen. Mit dem Spritzbeutel lässt sich die Form ganz leicht befüllen. Den Teig auf die zwölf Teile aufteilen. Die Form nicht ganz füllen, weil der Teig geht beim Backen ja noch auf. Eventuell noch ausgleichen mit dem Rest. Die Muffins jetzt bei 160 Grad Umluft für ca. 20 bis 25 Minuten backen. Nach dem Backen die Muffins erstmal für 5 Minuten in der Form etwas auskühlen lassen. Dann auf ein Kuchengitter stürzen und dank dem Backtrennmittel gehen alle ganz leicht aus der Form. Die Muffins umdrehen und vollständig auskühlen lassen. Um die Äffchen fertigzustellen, braucht man 48 Obladen mit einem Durchmesser von 5 cm und 100 Gramm Vollmilchkuvertüre. Die Kuvertüre zuerst schmelzen. Zwischenzeitlich mache ich schon mal die Uhren von den Äffchen. Dazu schneide ich den Muffin etwa ein Drittel ein und auf der gegenüberliegenden Seite auch. Dann zwei O-Platten nehmen und in den Muffin stecken. Und so bereite ich jetzt mal alle zwölfe vor. Dann mit der geschmolzenen Kuvertüre den Muffin bestreichen. Also die Oberseite bestreichen. Und der letzte noch. Ich bereite jetzt das Gesicht des Affen vor. Eine Oblade zur Hälfte über die andere legen. Den Finger ganz leicht feucht machen. Und die Oblade anfeuchten und ankleben. Dann auf die Kuvertüre leicht drücken. Ich drehe mal um, dann sieht man wie das aussehen soll. Und jetzt die anderen alle so fertig machen. Und der letzte noch. Die Kuvertüre jetzt ein bisschen antrocknen lassen. Die restliche Kuvertüre in einen kleinen Spritzbeutel füllen. Vorne eine kleine Spitze abschneiden. Dann die Eutlein aufspritzen. Und den Mund. Und so sehen die Muffinäffchen dann aus. Und so sehen die Muffinäffchen dann aus. Und jetzt mache ich den Rest noch fertig. Jetzt die Äffchen noch etwas antrocknen lassen. Und dann geht's schon ab zum Kindergeburtstag. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020